Willkommen bei Coach Benny's Daily Mobility. Die heutige Übung, die Mobilisation des Latissimus, also eures breiten Rückenmuskels mit der Schaumstoffrolle. Wir mobilisieren heute den Ansatz, der sich im Oberarm befindet und runter in den Muskel mündet und der Ursprung, der Muskel zieht weiter runter in die sogenannte Lobalfaszie, was letztendlich zur Stabilität eures unteren Rückensbein trägt. Wir mobilisieren wie gesagt den Ansatz. Dazu legen wir uns auf die Rolle, in die Achsehöhle und suchen uns die Sehne und mobilisieren den Ansatz im Blatt vorsichtig. Dies wiederholen wir auf der anderen Seite. Das verbessert letztendlich eure Overhead Position, sowohl bei Pressbewegung als auch bei Pullbewegung in der Dead Hang Position, also ganz ausgehangen und natürlich auch euren Overhead Spot und bringt eure Schultern somit in eine optimale Position für diese Bewegung. Verfolgt unser Daily Mobility Programming auf workoutoftheday.de. Bleibt geschmeidig, euer Coach Benny.